ARSCHMEHR DUR Och die hat ja viel zu viel an Hier kommt kein ARSCHMEHR DUR Die Waffe klackt auch so schön wenn die leer ist Ich verspeise diese Tür Hier kommt kein ARSCHMEHR DUR Danke Kamerad Schweißen zurückbleiben Ich will dich heilen Ach, jetzt können wir was kaufen So, erstmal Ja, da ist gut Gut, dass ich gar nichts kaufen kann Hältst du wohl still? Ich versuch dir zu helfen Kann kein Dingens auswählen Kann ähm Ja, wie heißt das? Ja, ich hab auch keine Waffen Scheiße Na, du kannst oben eigentlich dann ja auf Die Peaks gehen Ich hab hier einmal Bullpup oder so heißt das Ich glaub das kauf ich da mal Auffüllen 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 Okay, aber ich hab was Ich hab was gefunden Was hat der denn eine Sense Ist ja geil Ich kann nicht mal Munition für die Waffe kaufen gerade Ne, ich hab neun Dinger jetzt für das Gewehr Wo bist du hin? Bist du die Treppe runtergelaufen oder hoch? Ne, ich steh noch drin in dem Blatt Achso, okay Könnt ja gar nichts kaufen Könnt irgendwie kein, kein Dingens auswählen Wo bist du hin? Bin einfach runtergegangen Ach da, okay, geh Ich hab dich gesehen Na, da drin ich ja nichts Geh mal wieder raus Okay Da ruckelt ein klein bisschen hier bei mir Ich versuch mal ein Relog zu machen Das bringt ja nichts ohne Waffe Ich hab jetzt nur ein Messer, das ist ja auch doof Wieso konntest du ja nichts kaufen? Ne Nix Gar nicht, hab nur das Messer jetzt irgendwie Wieso ging das? Dann hat's kein Geld oder das? Nee, ich konnte nichts auswählen Gar nichts Ich konnte nicht wählen, welchen Ob es jetzt Sanitäter oder Scharfschütze oder so etwas bist Das konnte ich einfach nicht auswählen Ich hatte auch alle Waffen schwarz Ich konnte nur eine einzige kaufen Die war frei Irgendwie bei Kommando oder so war die Hm Komisch Nee, die wurden mir gar nicht angezeigt Die Dinger Ich verdiene mir kein Geld hier mit dem Gewehr Wie ein bisschen komisch Das ist ja komisch Doch Aber nicht viel so Weiß noch wie der Server hieß? Oh Oh Auch nicht mehr nach Scheiße, ne Ich hab' ja selber gedacht, aber wir haben ja doch einen anderen genommen Guck mal was der hier ist Kann ich das irgendwo nachgucken? Der ist gerade wüsste Ja Ach Immortal Killing Floor Hund V1050 heißt der Das steht oben drüber im Menü Also, okay Neues Magazin Gib mir einen Augenblick Neues Magazin Gib mir einen Augenblick Ja Die kommen auch von überall die Fiecher, ne? Berge runter Ach, jetzt kann ich hier auch wieder was auswählen Aha Ja Ja Ich warte hier mal an der Stelle auch an diesem komischen Rastplatz hier Das wollen wir uns wieder finden auch An welchem Rastplatz meinst du jetzt gerade? Wo wir gerade beim Händler waren Da ist ja vorher so ein Grillplatz oder sowas Da kommen gerade die ganzen Monster glaube ich raus Äh, vor mir sind so keine Ahnung wie viele Monster Wo sind denn die ganzen Leute allein? Ich bin jetzt auch gleich auf diesem Rastplatz Na, jetzt bin ich auf dem Rastplatz wieder drauf Ja Ja Du bist an dem Rastplatz jetzt oder wo bist du hin? Ja, ich bin an dem Rastplatz Ich stehe ich drauf Ich bin die Straße, also den Weg runter zur Straße Ich komme wieder hoch jetzt aber sonst Ja, komm ich auch ein bisschen runter, ich stehe dich glaube ich Ja, da bist du Ja, da bist du Ja, wir müssen ein paar Typen kriegen, sonst kriegen wir keine Kohle, ne? Ja, ja, ja Ja, ein bisschen schwer sonst Aber jetzt konnte ich wenigstens wieder was auswählen Nichts verwachten, einmal Ja Bis ich die Waffe wählen Ja Hast du mir normal schon was gefunden? Wie ich Ich hatte ja ein Gewehr kaufen können hier Achso, okay Bullpop oder Bullpop oder so heißt die Oh, hier passiert grad nicht viel Oh, hier passiert grad nicht viel Oh, hier passiert grad nicht viel Ne, nicht wirklich So, die Straßen mal weiter laufen, wenn die da hinten sind noch welche Ja, da kommt schon so Oh, so ne Schrotflinte Wenn die Waffen schwarz sind, kannst du die aber nicht kaufen, ne? Äh, das ist grad eine gute Frage, also jetzt aus dem Kopf kann ich ja gar nicht sagen Ich werde jetzt selber mal sehen Ich hab auch nur 66 bis jetzt verdient ey, scheiße Ah, kommt doch schon besucht Und wenn du die Welle halt überlebst, dann kriegst du teilweise auch nochmal Geld Ich muss schnell mal heilen hier, oder so Ah, jetzt hab ich auch 88 schon Ja, wenn die mal dicker werden, die Was ist das, dachte das ist er wieder Wenn die Monster dicker werden, gibt das auch mehr Kohle, ne? Mhm Der zeigt mir aber nicht an, wenn ich die treffe Bei dem anderen Server hatte ich da so kühne Zahlen, die immer hochging, ne? Ja, genau Genau Manchmal hast du das irgendwie nicht Ich hab das auch nicht, ne Wäre das auch ziemlich Äh, blöd wenn du das nicht hast, weil mit Siehst du nämlich auch wenn du triffst einfach Äh, eben, das hast du so nicht Äh, Munition schon wieder fast leer Ja Ja, ich hab auch nur noch die Pistole jetzt Oh, da ist was unsichtbares, ne? Mhm Ich hab das Magazin drin Heiße, ich hab keine Muni mehr Ah, nur noch heiße Luft, das stimmt wohl Gib mir einen Augenblick, ich lade nach Ich kann halt ne Runde Messer angehen Hätt ich wahrscheinlich nie überlebt Ja, mein Glück Oh, da hinten kommt so ein dicker ein Oh, den willst du messern dir, ne? Bin schon dabei Okay Hinter dir kommt noch so ein anderer Typ nach Hinter dir kommt noch so ein anderer Typ nach Da ist ein Mensch Hier, der hier, der hat ne Sense Vor mir der Ja, den hatte ich eben beim Shop beim Händler gesehen Das ist auch ganz cool, das Ding Das ist auch ganz cool, das Ding Ich hab einen ganzen Magazin in den drin gepumpt Mann, die tun aber weh Aua, 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 aua Aua, aua, aua Warte, da war ein Headshot, du Penner. Geh doch kaputt. Halten die mehr aus als so ein Kopfschuss, ne? Hm. Gute Frage, beide. Oh, toll nachladen. Tja, wenn wir schon nicht mehr schießen können, müssen wir halt ne Runde heilen, ne? Ey, was bist du so schnell, ey, du Sack. Nein, ich brauch Hilfe, nein! Wo bist du, wo bist du denn? Fuck you, fuck you. Komm zurück, komm zurück. Ja, ja. Okay, der geht schon. Der mit dem Schwert, der war so schnell. Kann man gar nicht mehr in Richtung Händler gehen, ne? Ja. Das ist schon noch 100 Meter. Ja, noch 34 Stück, es sind noch ein paar. Mal ganz lang, die folgen uns eh, also von daher. Ja. Eben. Was soll ein Generator oder ist das? Ich weiß nicht, was das für ne Waffe ist, die der da hat. Boah, das Auto hier ist schön in Blut verschmiert. Das hält die Säule draußen. Verdammte Hölle, du Schwingst! Ich verspreise diese Tür. Kannst du nicht sehen, dass ich wieder anlade? Geh dir ja, Fixer. Das hält die Säule draußen. Das ist ja ein bisschen so wie Selbstbefriedigung, ne? Das hast du gut gesagt, ne? Also, eigentlich ist das ja keine Selbstbefriedigung. Eigentlich ist das ja gegenseitig hier so, ne? Gucken, geht das denn hier? Manchmal steigt das irgendwie nicht mehr. Vielleicht hat man das Maximum erreicht für den Spiel oder so, ne? Ja. Das hält die Säule draußen. Hier kommt kein Arsch mehr zu euch. Neues Magazin. Schnellverschluss, Jungs. So, ab zur Händler. Alle rein da, ne? Alle, Mann. Ja. Endlich Waffen kaufen. Hier kommt kein Arsch mehr durch. Abgebrochenes Rohr. Hockey-Stick. Okay, Mann. Hier kommt niemand lang. Gibt's gar nicht viel. Oh, gar eine Schrotflinte. Die will ich haben. Ich hab kein Geld. Ich hab kein Geldgebruch. Ich hab kein Geldgebruch. peacock. Und dann sprich nicht. Ich weiß noch nicht Soldaten.